Heute bauen wir einen richtig coolen Header. Los geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um einen Header. Und zwar werden wir einen Header bauen, der am Anfang gar nicht so richtig da ist, sondern wenn wir scrollen, dann blendet er sich von oben so ein. Alles wird animiert, alles sieht relativ cool aus. Und das werden wir heute machen. Es kann abgewandelt für jedes eurer Projekte verwendet werden, theoretisch, und sollte auch nicht zu schwer sein. Wir werden dafür JavaScript und CSS nutzen. Und wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung. Ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, andere Fragen beantworten oder einfach euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht's mit dem heutigen Video. Was werden wir heute bauen? Das hier ist im Prinzip exakt das, was wir heute machen werden. Und zwar einen animierten Header. Der ist ziemlich simpel, kann ziemlich leicht von euch erweitert werden. Und, finde ich, bietet ziemlich coole Features und Einsatzmöglichkeiten für Blogs, für verschiedene Seiten und eine Vielzahl von Verwendungszwecken. Aber was genau passiert? Wenn ich jetzt beginne zu scrolle, passiert erstmal nichts. Irgendwann, wenn unsere obere Bildschirmkante allerdings den Head erreicht hat, seht ihr, es wird alles ausgeblendet. Und wir machen das nicht nur mit einem Element, sondern wenn ich noch ein bisschen weiter scrolle, seht ihr, okay, wir nehmen noch mehr Elemente mit. Was heißt, wir können das auch mit multiplen Elementen machen. Ihr könnt das auch nicht nur mit zwei machen, sondern auch mit zehn, wenn ihr Lust darauf habt. Wobei ich behaupten würde, dass ab zehn irgendwann nicht mehr wirklich sinnvoll und, ja, schön ist. Aber grundsätzlich, das werden wir heute bauen. Wie immer findet ihr eine komplette Anleitung bzw. den Code in der Videobeschreibung auf CodePen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. So, und das geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Wie immer meine Entwicklungsumgebung findet ihr unten in der Videobeschreibung ein genaues Erklärvideo. Ansonsten werden wir dieses Video nur eine Index-HTML, eine Main-SaaS und eine Function.net erst verwenden. In meiner Standard-Entwicklungsumgebung, wie gesagt, die Erklärung dazu unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein ausführliches Video gemacht. Da wird es allerdings in naher Zukunft eine 2020er-Version geben. Grundsätzlich in unserer Index-HTML habe ich schon einiges vorbereitet. Einfach werde ich jetzt mal ein bisschen durchsprinten, weil das ist relativ viel. Und so haben wir hier oben unsere beiden Links. Was ist das? Einmal habe ich zwei Schriften eingebunden. Einmal die Amiri und die Roboto von Google Fonts. Und ich habe unsere MinSaaS verlinkt. Dann habe ich hier unseren Header. Unser Header besteht eigentlich nur aus einem Header-Objekt. Und hier ein Logo mit einem Bild von Font Awesome. Dann eine Navigationsliste. Das ist einfach eine unorderede List mit drei Listenpunkten. Einem Button, das soll unseren Login simulieren. Dann haben wir unsere Detail-Sektion. Hier habe ich einfach irgendwas reingeschrieben. Hier könnt ihr natürlich später alles reinklatschen, was ihr wollt. Es gibt einmal eine Klasse zum Styling, die heißt Details. Und eine ID, die heißt ebenfalls Details, um die mit JavaScript anzusprechen. Dann haben wir eine Main-Sektion mit einem Artikel mit jeder Menge Lore im Ipsum-Text. Hierzu werde ich nicht wirklich eingehen, weil das ist Basic. Hier unten haben wir dann JavaScript. Und hier drin, wie gesagt, Lore im Ipsum. Hier können natürlich alles sein, auch Bilder, Videos, was auch immer ihr auf eurer Seite habt. Das ist komplett egal. Wir werden hauptsächlich mit diesem Header und diesem hier unten arbeiten. Was heißt, wir gehen jetzt als erstes in unsere Main-SaaS. Und ich werde hier einiges reinkopieren. Und das, was ich reinkopieren werde, ist, wie gesagt, für dieses Video als solches irrelevant. Und zwar kopiere ich hier unsere Main-Sektion rein. Dadurch sieht jetzt unser Text so aus, wie er aussieht. Was heißt, ich habe hier wunderbar einfach eine Main-Sektion gemacht, habe die Überschrift gestylt, habe die Subline gestylt, habe den P-Tag gestylt. Was heißt, ich habe nur dafür gesorgt, dass alles so aussieht, wie es hier jetzt aussieht. Und mehr müssen wir hiermit erstmal nicht machen. Das nächste, was wir nämlich brauchen, ist unser Header. Unser Header braucht nämlich deutlich mehr Funktionalität als das, was wir normalerweise einem Header zuordnen müssen. Und zwar machen wir zwei Zustände. Es gibt einmal den Zustand, er ist normal. Und es gibt den Zustand, er ist fixed. Und diesen Zustand werden wir gleich mit JavaScript bauen. Was heißt, wir werden mit JavaScript die Window-Position auslesen und dann eine Klasse zugeben oder wieder zurücknehmen. Und das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich cool. Aber als erstes schreiben wir jetzt einfach mal Header und geben ein paar Basic-Positionen. Was heißt, als erstes sagen wir nicht Position-Relative, sondern Absolute. Und warum Absolute? Wir wollen unseren Header direkt hier oben in der Ecke unserer Seite im Prinzip hinterlegen. Das machen wir, indem wir sagen Top, in unserem Moment 10 Rem. Was heißt, wir wollen ihn ja nicht direkt oben hinlegen, sondern etwas Abstand haben, den wir später scrollen müssen. Deswegen sagen wir 10 Rem, also einen Abstand nach oben. Wir wollen ihn allerdings links direkt bündig haben. Wir wollen ebenfalls direkt sagen with 100%. Was heißt, er soll über die ganze Weite gehen. Jetzt ist natürlich unser Logo etwas groß geworden. Das werden wir gleich fixen. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen, die Höhe ist 6 Rem. Was heißt, wir sagen eine fest definierte Höhe. Auch sagen wir eine Background-Color fest definiert einfach auf Weiß. Was heißt, wir wollen, dass immer eine Hintergrundfarbe besitzt. Aber wir wollen auch noch mehr machen. Und zwar sagen wir als erstes Display nicht Inline, sondern Flex. Und mit Flex legen wir als erstes die Richtung fest. Was heißt, wir sagen Direction Row. Das heißt, wir wollen, dass alles innerhalb des Headers in einer Linie aufgeteilt ist. Sagen hier als nächstes Justify Content. Und hier sagen wir Space Between. Was heißt, wir wollen Abstände zwischen unseren Inhalten. Und sagen Align Items. Center, sodass alles direkt in der Mitte zentriert ist. Sodass alles sauber aussieht. Ihr seht hier oben schon, es ordnet sich langsam auch alles so ein bisschen ein. Das nächste, was wir machen, ich kann hier noch ein bisschen größer reinzoomen. Kann ich nicht größer reinzoomen? Doch. Ah, ja, so. So, jetzt haben wir ein bisschen größer, damit ihr es besser seht. Und zwar Align Items Center. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen Z-Index. Setzen wir auf 999. Was heißt, wir wollen, dass der Header später über allem drüber legt. Außerdem sagen wir hier Padding. 0, 10 von links und 10 Rem von rechts. Das Ganze seht ihr jetzt. Es ist alles so ein bisschen eingerückt. Und als nächstes müssen wir hier noch ein bisschen was erstellen. Und zwar brauchen wir Transitions. Wir brauchen später diese Animationen. Die machen wir über CSS, dass alles so schön zusammenläuft und animiert wird. Und das Ganze müssen wir über Transition machen. Normalerweise nutze ich auf diesem Channel sehr oft diesen All-Befehl. Das dürfen wir jetzt nicht machen. Weil sonst bewegt sich unser Header, wenn der sich fixiert, ein bisschen. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass der instant sitzt. Sodass man nicht das Gefühl hat, dass der nachzieht oder so. Sondern, dass er wirklich einfach vom Scrollen mitgenommen wird. Und deswegen müssen wir die Sachen, die wir animieren wollen, einzeln angeben. In unserem Fall sagen wir, okay, wir wollen Padding animieren mit 500 Millisekunden. Und wir wollen ebenfalls Box Shadow animieren, ebenfalls mit 500 Millisekunden. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab. Ihr seht hier, es sieht jetzt noch nicht so richtig so aus, wie es später aussehen soll. Deswegen werde ich jetzt noch eben ein paar Sachen in Klammern einfach hinzufügen und dann darauf eingehen. Das ist nämlich einmal der Inhalt in unserem Header. In unserem Fall einmal eine Navigation. Hier habe ich ebenfalls wieder Flex genutzt. Innerhalb der List auch wieder Flex. Habe die Listenpunkte ein bisschen gestylt. Habe dafür gesorgt, dass List Style non ist. Was heißt, dass die Punkte verschwinden. Dass ein bisschen Abstand zwischen den 10 Rem nämlich. Dass das letzte Element keinen Abstand hat. Und dass die alle mit Transition All animiert werden. Was heißt, hier drin dürfen wir wieder Transition All benutzen. Wenn ich das Ganze abspeiche, seht ihr hier oben schon. Es hat sich jetzt ein bisschen sortiert. Dasselbe machen wir jetzt auch mit dem Button. Wie gesagt, ist für den Zweck dieses YouTube Tutorials, also ein Fixed Header zu erstellen, irrelevant. Deswegen füge ich das alles mal so hinzu. Jetzt haben wir hier unseren Button hinzugefügt. Der hat einen Hintergrund weiß. Hat Border None. Hat hier eine Weite gegeben. Hat Marginal und Padding. Also hat ein Padding gegeben. Transition All. Und ihr seht hier, sieht wunderbar aus. Wir können hier auch 1,6 nehmen, damit das passt zu unserem Menü. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Button. Wir haben unsere Menüpunkte. Jetzt fehlt nur noch unser Logo. Und unser Logo können wir ebenfalls einmal kurz reinkopieren. Und ich erkläre dann, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier einfach ein Font Awesome Icon genutzt. Was heißt, ihr seht hier, das ist Rocket Solid. Das ist einfach ein 0815 Font Awesome Icon. Habe hier auch wieder ein Padding vergeben. Habe eine Weite vergeben. Wir haben dieselbe Weite übrigens, beziehungsweise müssten wir eigentlich dieselbe Weite vergeben, wie unseren Button, damit alles schön zentriert bleibt. Habe hier auch mit Flex, den hier reingestylt, dass der mittig liegt. Und damit ist unser Header soweit fertig. Ihr seht jetzt aber, wenn ich scrolle, passiert noch nicht viel. Und wir haben hier unten immer noch unseren Detail Section. Was heißt, unsere Detail Section müssen wir jetzt ebenfalls noch hinzufügen. Und hier werde ich wieder ein bisschen, Klammern, zu Fuß arbeiten, weil hier muss ich ein bisschen was erklären. Das Problem ist nämlich, unsere Detail Section liegt außerhalb unseres Main Elementes. Was heißt, in unserem DOM kommt Main, dann kommt Article. In unserem Artikel dann die H2, die H4 und unsere P-Text. Was heißt, diese Texte hier liegen alle in einem Element. Und das hier allerdings nicht. Das hat den Grund, dass wir sie später mit Position Absolute positionieren wollen. Und dafür ist es oder eignet es sich besser, wenn das außerhalb ist. Weil das Problem ist, ihr könnt es natürlich auch hier reinstecken, auch in Artikel, auch direkt hier direkt unter die H4 beispielsweise. Und könnt dann, sofern ihr diesen Eltern Element, also Main und Artikel, kein Relative gibt, das auch wunderbar an der oberen Linken Ecke ausrichten und damit arbeiten. Gestaltet sich bei komplexen Seiten schwer, sage ich aus Erfahrung, weil ihr dann wahrscheinlich nicht nur eine Verschachtelungsebene von 2 habt, sondern hier eventuell 5, 6, 7 oder 10 Ebenen habt, bis ihr beim Artikel seid. Und dann, dass irgendein Element Relative bekommt als Attribut, ist doch relativ hoch die Wahrscheinlichkeit. Und dann würde das alles euch Probleme verursachen. Deswegen empfehle ich euch alles, was ihr mit dem Header animieren wollt, legt das auf die oberste Ebene. Genau. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe hier eine Klasse Details hinzugefügt und die werden wir jetzt mal kurz dialen. Was heißt, ich sage Punkt Details und sage hier, okay, was machen wir? Wir sagen hier ebenfalls Position Absolute. Absolute, zack. Sage ich hier Top. Top sage ich 45 Rem. Was heißt, ich möchte, dass ich da Abstand mache, sodass der da oben hinzugefügt ist. Außerdem möchte ich nicht nur den Abstand nach oben, sondern ich möchte auch den Abstand nach links und zwar 0. Ich möchte Font Size definieren. Ich sage 1.2 Rem einfach nur. Sage Background Color. Das heißt, ich möchte auch hier einen Hintergrund definieren. Ebenfalls weiß. Was möchte ich hier auch? Ich möchte Z-Index definieren. Sage ich auf 7000. Ich möchte, dass der unter unserem eigentlichen Header liegt. Und ich möchte auch hier einfach dafür sorgen, mit in unserem Fall Display Flex. Flex und dann hier Justify Content Center und Align Items ebenfalls Center, sodass das alles später in die Mitte rutscht. Und hier sagen wir noch Flex Direction Row. So, zack. Und jetzt haben wir das Schöne in der Mitte, beziehungsweise noch nicht ganz. Was heißt, ich habe natürlich Text Align vergessen mit Center. Das Ganze speichern wir jetzt ab und sagen hier with 100%. Ah, jetzt funktioniert es. So, das hatte ich vergessen. Ja, das ist korrekt. Jetzt haben wir es auch schön zentriert in der Mitte. Und das Ganze könnten wir jetzt theoretisch schon so lassen. Wenn wir jetzt so scrollen, passiert allerdings nichts. Und wir wollen aber später, dass das hier ebenfalls sich ein bisschen netter animiert. Das werden wir gleich machen, beziehungsweise das werden wir jetzt erstmal mit JavaScript uns erstellen. Das Erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen zwei Variablen, nämlich einmal Details. Das wird Document.QuerySelector. Hier sagen wir, wir rufen unsere ID mit Details auf, weil wir haben ja hier in unserer Index.html unserem P-Tag, also unserem Details Element, die ID Details gegeben. Das mache ich einfach, um das so aufzurufen. Ich könnte hier auch mit Punkt arbeiten, würde dann aber von dem Befehl eine Rate zurückbekommen, müsste dann wieder mit irgendwie sowas arbeiten. Finde ich nicht besonders schön. Deswegen mache ich hier mit einer ID. Allerdings, IDs sollten wirklich nur für JavaScript genutzt werden. Denn ihr solltet mit IDs hier drin nicht stylen. Dann das Nächste, was wir brauchen, ist, wir kopieren uns diese Zeile einmal, sagen hier Header und sagen jetzt hier QuerySelector Header. Zack. Und haben jetzt unsere beiden Elemente definiert. Was heißt, die beiden Elemente, die wir später hinzufügen wollen. Das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen Window.AddEventListener. Hier sagen wir jetzt Scroll. Was heißt, wenn unser Window gescrollt wird, soll etwas passieren. In unserem Fall wollen wir einfach nur eine Funktion aufrufen. Und die Funktion kann eigentlich nicht viel. Und zwar sagen wir if window.page und dann yOffset, was heißt der Abstand nach oben, größer gleich 100. Ist unsere erste if-else-Variante. Und das Ganze kopieren wir uns einmal und fügen das hier unten nochmal ein und sagen hier, wenn das größer als 400 ist. Warum habe ich hier zwei Stück? Grundsätzlich, unser Header hat hier den Abstand von oben von 10 RAM, also 100 Pixeln. Was heißt, er wird durch die erste if-else-Abfrage im Prinzip definiert. Und wir haben hier zusätzlich unser zweites Element, unser Details-Element mit einem Abstand von 45 RAM. Was heißt, 450, das machen wir hier unten. Allerdings habe ich hier nur 400 reingeschrieben, weil wir hier unseren Header noch haben, der abgezogen werden muss. Was heißt, wir werden jetzt hier drin, hier oben sagen, okay, unser Header.classlist.add und sage hier einfach fixed. Was heißt, wenn unser Offset größer als 100 ist, soll unser Header die Klasse fixed bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, soll er die removen. Grundsätzlich kann man hier auch Toggle arbeiten. Was heißt, ich könnte hier wunderbar auch Toggle nehmen und das hier unten auch reinschreiben. Das würde genauso gut funktionieren. Was heißt, wenn ich jetzt scrolle, beziehungsweise ich mache mal hier eben Untersuchen, mache das mal hier unten hin, scrolle hier unten mal ein bisschen rein, dass ihr was seht. Und wenn ich jetzt hier uns das auswähle und das hier unten etwas runter mache, seht ihr hier, unser Header hat die Klasse fixed. Und wenn ich runterscrolle, seht ihr, es springt die ganze Zeit hin und her. Was heißt, ihr könnt damit zwar Klassen vergeben, funktioniert für unseren Verwendungszweck aber schlecht, weil Toggle jedes Mal getriggert wird, wenn das Event getriggert wird. Und Scroll wird jedes Mal getriggert, wenn ich beginne mit dem Ausrat zu scrollen. Und deswegen sagen wir Add und hier unten sagen wir Remove. Was heißt, wenn ich das jetzt abspeichere, dann sehen wir, es wird hinzugefügt und es bleibt. Also ihr seht hier, es bleibt hinzugefügt, auch wenn ich jetzt hier unten bin. Und dasselbe müssen wir jetzt einfach einmal kopieren, hier unten einfügen, aber mit Details. Und das Ganze auch einmal kopieren, hier unten einfügen und statt Add, Remove. So, jetzt haben wir im Prinzip unseren Java-Code fertig. Wenn ich jetzt scrolle, seht ihr, unsere beiden Elemente bekommen die Klasse fixed. Und dadurch, dass ich jetzt eine Klasse vergeben habe, kann der eigentliche Spaß beginnen. Und zwar kann ich jetzt nämlich etwas machen. Und zwar habe ich hier unseren Header. Wo ist er? Da ist er. Sage jetzt und, Doppelpunkt, beziehungsweise Doppelpunkt, Einpunkt und sage fixed. Und wenn der fixed ist, soll etwas passieren. Und zwar als erstes soll der Abstand nach oben auf 0 rutschen. Dann sagen wir Padding soll ebenfalls auf 0 rutschen. Position soll fixed werden. Und wir sagen Box minus Shadow soll 2 Pixel, nee, 0, 2 Pixel, 6 Pixel. Und als Hintergrundfrage bei RGBA 0,0,0,0,0.2 speichern wir so ab. In dem Moment passiert jetzt erstmal nichts. Wenn ich hier jetzt reinkomme, seht ihr schon, es ist ein bisschen was passiert. Allerdings seht ihr auch, irgendwie ist noch nicht so richtig eine Animation drin. Speichern wir mal neu, aktualisieren wir mit der Hand. Ja, jetzt funktioniert es sehr gut. Was heißt, wenn ich jetzt hier scrolle, seht ihr, das Ganze animiert sich wunderbar. Irgendwie ist es noch ein bisschen versetzt. Was heißt, das Logo und der Button sind nicht irgendwie gleich groß. Aber ihr seht, das animiert sich wunderbar. Und damit können wir schon mal arbeiten. Was heißt, auch unser Shadow, seht ihr, blendet sich langsam ein. So, zack, da ist er. Und wir können damit in Klammern wunderbar arbeiten und jetzt weitermachen. Was heißt, wir haben hier unten noch unser zweites Element. Dieses zweite Element können wir jetzt ebenfalls dazu gestalten. Aber erstmal wollen wir noch ein paar Sachen hinzufügen. Und zwar einmal wollen wir, wenn das Ganze fixed ist, wollen wir den Child Element unseres Headers einige Sachen zuweisen. Nämlich einmal wollen wir dem Button eine Hintergrundfarbe geben und wir wollen unserer Navigation einen kleineren Abstand geben. Und in dem Moment seht ihr, okay, der Button wird jetzt zu einem richtigen Button. Wir haben hier unser Menürück ein bisschen näher zusammen und unser Logo bleibt im Prinzip gleich. So haben wir im Prinzip schon mal einen Teil unseres Headers gestaltet. Und exakt dasselbe müssen wir jetzt noch einmal für Details machen. Was heißt, Details bekommt jetzt auch die Klasse, wo ist Details, 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 da ist es, bekommt jetzt ebenfalls unsere Klasse fixed. Was heißt, in dem Moment sagen wir Position fixed. Wir sagen Top 4.5 Rem. Und wir sagen hier unten Box Shadow. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und hier animieren, beziehungsweise scrollen, dann seht ihr, okay, es rutscht irgendwann da runter. Und dann rutscht der mit. Das einzige Problem ist, was wir jetzt hier noch haben, das passt natürlich nicht. Wir haben hier eine Höhe von 6 Rem vergeben. Und wir haben hier unten vor allem noch vergessen, Padding mitzugeben. Was heißt 1.3 Rem, 0 und 0.8 Rem und 0. So, und jetzt passt das nämlich hier mit den 5.4.5 Rem. Und jetzt haben wir hier nämlich wunderbar unseren Abstand nach oben. Unseren Abstand, ja, wenn der scrollt, passt perfekt. Was heißt, in dem Moment, wenn wir es hier berühren, zack, wird das auch richtig animiert. Allerdings fehlt hier uns noch unsere Animation mit dem Box Shadow. Und das können wir ganz leicht hinzufügen. Und zwar Transition, Box Shadow, 500 Millisekunden. So, in dem Moment, wenn ich das jetzt gemacht habe und wir nach unten scrollen, sehen wir, das Ganze wird jetzt auch wunderbar animiert. Und so könnt ihr im Prinzip ziemlich leicht interaktive Header machen, die mit scrollen, die richtig coole Sachen machen. Und die vielleicht dem einen oder anderen ganz neue Funktionalität ermöglichen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt. Und in der Videobeschreibung, Twitter, Facebook, Discord, sagt hallo. Und teilt mal eure Meinung mit. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate oder YouTube Membership, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017